Hallo und herzlich willkommen bei Christmas is Delicious. Heute habe ich ein ganz ganz tolles Rezept für euch vorbereitet. Das ist nämlich so eine Kindheitserinnerung von mir. Das sind so gefüllte Teigtaschen mit einer super leckeren Kartoffelfüllung und dazu eine hammermäßige Soße, die man auch nicht nur zu diesem Gericht essen kann. Es ist ein bisschen anspruchsvoller, was die Zeit angeht. Deswegen nutze ich heute das Regenmetter und bereite das noch mal ein bisschen am Vorrat vor. Wie man das ganze herstellt, das zeige ich euch gleich und wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. So ihr Lieben, bevor wir mit dem Teig anfangen und ich euch dazu die Zutaten zeige, die auch nur ein paar wenige sind, zeige ich euch erst einmal, was ich im Hintergrund schon mal anstelle. Das ist für die Füllung dieser kleinen Teigtaschen vier ungefähr gleichgroße, so mittelgroße Kartoffeln. Ich zeige mal, die haben ungefähr so diese Größe. Wenn ihr größere habt, dann also wirklich nur zwei große verwenden, ansonsten vier von diesen mittelgroßen. Die koche ich im Hintergrund und dann habe ich hier schon einmal eine so mittelgroße Zwiebel. Wenn ihr eine große habt, reicht auch eine halbe. Die dünste ich im Hintergrund in der Pfanne an. Für den Teig benötigen wir ein Ei der Größe M, 1 TL Salz, 250 ml Wasser und hier habe ich in etwa 600 g Mehl Typ 405. Die Zubereitung des Teiges, die funktioniert jetzt wirklich ganz, ganz einfach. Wir tun alle flüssigen Zutaten in die Schüssel. Also das Ei, das Wasser und das Salz. Das werde ich jetzt erst einmal so ganz leicht verrühren. Und dann gebe ich jetzt erst einmal ein bisschen Mehl hinzu und dann nach und nach, bis der Teig schön nicht mehr klebt. Man muss aber echt bei dem Teig aufpassen, dass man nicht zu viel reinmacht. Deswegen testen wir das Ganze. Ich habe jetzt 600 g abgehoben und sage euch wie immer, ob ich dann noch was dazu mache oder nicht. Also erst einmal ein bisschen. Dann lassen wir das erst einmal mixen. Jetzt kommt mal der Test. Er ist noch ein bisschen zu klebrig. Also noch ein bisschen. So ihr Lieben, der Teig ist jetzt fertig. Jetzt tue ich ihn hier schon mal auf die Backmatte. Ich habe nicht das ganze Mehl gebraucht. 100 g weniger, das heißt 500 g Mehl sind ausreichend bei meiner Ei-Größe gewesen. Und jetzt holen wir mal den Teig heraus. Also er sollte auf jeden Fall nicht mehr kleben, aber auch nicht zu fest sein. Und das ist genau das Schwierige daran, da das Mittelding zu finden. Deswegen habe ich das jetzt auch in der KitchenAid gemacht, weil ich da besser reingreifen kann und das Gefühl für habe. So, das lasse ich mal hier. Das Ding brauchen wir nicht mehr. Den knete ich jetzt aber trotzdem nochmal. Und das ohne Mehl. Damit der einfach noch ein bisschen geschmeidiger wird. Also mit der Rezepteangabe könnte ich das auch problemlos mit Thermomix dann machen. Ich wollte das jetzt nur mal so, wie gesagt, testen, weil das Rezept von meiner Mama, da steht nie die Mehlkrambe da. Da geht es immer um die Flüssigkeit, wie viel Flüssigkeit sie in den Teig macht. Und nie, bis der Teig zu Ende ist. Wie immer. Deswegen wollte ich das jetzt erstmal nochmal so testen. So, den Teigklumpen, den tue ich jetzt nochmal in die Schüssel. Und decke das Ganze hier ab. Den lassen wir jetzt nochmal bei Raumtemperatur ungefähr eine halbe Stunde ruhen. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch jetzt so die Füllung, wie wir die zu Ende stellen. Denn die Kartoffeln sind hier hinten nämlich auch schon fertig. Also geht es gleich weiter. So, ihr Lieben, die Kartoffeln habe ich jetzt hier schon mal das Wasser abgießen lassen. Die sind jetzt auch noch warm. Die Zwiebeln habe ich angedünstet hier. Die tun wir hier einfach rein. Und dann kommt da noch ein bisschen Butter hinzu. Das gibt auch nochmal ein bisschen Geschmack ab. Aber gar nicht so viel. Einfach mal, das reicht schon wahrscheinlich. Und das Ganze wird jetzt einfach nur gestampft. So, ihr Lieben, das war es auch schon mit der Füllung. Fertig ist sie. Okay. So, ihr Lieben, eine halbe Stunde ist rum. Ich teile den Teig jetzt einfach mal. Und gebe die andere Hälfte nochmal in die Schüssel zurück. Und decke sie ab, damit sie nicht austrocknet. So, jetzt so. Werde ich wahrscheinlich hier doch nochmal ein bisschen Mehl drauf geben. Dann lässt sich das Ganze nämlich einfacher ausrollen. Meine Mama hat das anders gemacht. Die hat das zu einer Wurst geformt, zu so einer langen Rolle. Und hat dann einfach kleine Stückchen zugeschnitten und die einzeln ausgerollt. Aber ich mache das jetzt anders. Da muss man da jedes einzelne ausrollen. Man darf es auch nicht zu dünn machen. Man muss die Dinger ja noch zusammenkleben. Und zu dick ist auch nicht schön. Dann schmeckt das nicht, wenn der Teig zu dick ist. So, ihr Lieben, jetzt habe ich hier mir einfach mal so eine Form genommen. Die hat 10 cm im Durchmesser. Und dann stechen wir jetzt einfach hier die Kreise aus. Dann haben die nämlich auch so einen schönen Rand. Weil das hier nämlich so geriffelt ist. Man kann aber auch einfach rückwärts rund machen, wie man das einfach mag. Ich teste das jetzt mal, ob der Rand dann auch schön zur Geltung kommt. Dann, meine Lieben, nimmt man sich so ein Kreischen, legt es sich auf die Hand am besten. Nimmt sich dann die Füllung. Da muss man aufpassen, dass man auch nur so viel drauf tut. Dass man die Dinger auch noch schön einklappen kann. Aber auch nicht zu wenig, sonst schmeckt... Also, fehlt ja einfach die Füllung. Also, ich habe jetzt ungefähr so zwei Teelöffelchen draufgegeben. Kann man auch schon mal mit der Hand so schön zusammen klupseln. Dann rollt man das am besten so ein. Und verschließt den Rand. So, der Teig hat die perfekte Konsistenz. Der klebt richtig gut zusammen. So, und das machen wir jetzt mit allem. Ihr seht, ich war fleißig. Ich habe mich jetzt entschlossen, die andere Hälfte zu verschönern, indem ich da noch mal einen Teelöffel Kurkuma zugebe. Wie ihr wisst, Kurkuma ist super gesund. Färbt den Teig schön gelb. Und gibt natürlich auch noch einen leckeren Kurkuma-Geschmack auf. Den knete ich jetzt einmal hier ein. Wenn man mag, kann man das natürlich auch schon am Anfang der Teigherstellung reingeben. Aber ich wollte auch die klassische Rehante euch noch mal zeigen. Man knetet den Teig einfach so lange, bis einem die Farbe gefällt. Und bis das hier auch überall schön verteilt ist. Es ist einfacher, wenn man diesen Teig auch noch mal teilt. Und das ist einfacher zum Ausrollen. Ihr seht, den Unterschied ist schon deutlich gelber. Das tue ich jetzt noch mal in die abgedeckte Schüssel. Hier verteilen wir ganz dünn das Mehl. Dann nimmt man am besten, habe ich festgestellt, die untere Seite für die Füllung, weil die klebt ein bisschen mehr. Legt sich das einfach hier so in Form. Legt die Füllung so rein, nimmt es am besten so von unten schon mal in die Hand. Knickt das Ganze, legt die Füllung schon mal zurecht. Und formt wieder die Ränder zusammen. Das Schöne bei der Kartoffelfüllung ist, man kann die immer wieder so in Form machen, dass die schön aussehen. Und den Vorgang wiederhole ich jetzt auch wieder mit ein. Sollt ihr euch nicht vorenthalten, wie das meine Mama gemacht hat. Also da formt man so eine Wurst. Und dann schneidet man da einfach so gleiche Stückchen zu. Und dann rollt man die einfach so dünn rum und aus. Aber die werden halt natürlich nicht alle dann hundertprozentig gleich. Also wenn ich jetzt mein Ding dran halte, sind das quasi auch so zehn Zentimeter. Aber ich finde die so noch ein bisschen schöner. Weil wenn man die jetzt so zusammenpetzt, hat man dann nicht so einen gleichen Rand. Und vor allen Dingen, hier sieht man so schön diese Zacken noch. Jetzt zeige ich euch auch noch ratzfatz, wie man die Soße zubereitet und wie man die fertig stellt. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier schon mal alles vorbereitet. Einmal hier so einen größeren Topf, damit man hier die Vareniki gut kochen kann und die nicht aneinander kleben. Und hier schon mal einen Topf, damit wir die Soße zubereiten. Als allererstes mache ich hier schon mal die Herdplatte an für die Soße. Und da erwärmen wir jetzt Olivenöl. Da ist es ganz wichtig, dass es ein gutes Olivenöl ist. Hier kooperiere ich übrigens mit MyOleo. Da gibt es auch bei YouTube ein paar Videos. Bei Instagram ist er sehr aktiv und dieses Öl schmeckt super lecker. Man kann sich sein eigenes Öl zusammenstellen, was ich auch total toll finde. Also nicht nur einfaches, langweiliges Olivenöl, sondern auch zum Beispiel mit Orange verfeinert oder irgendwelchen anderen tollen Aromen, die man mag. Die habe ich ja zum Beispiel auch schon bei meinen Kartoffelröstchen verwendet. Und es hat wirklich super lecker geschmeckt. Wenn ihr Interesse habt, ich verlinke euch die Homepage unten und mit meinem Rabattcode, den ihr dann bekommt. Und probiert es mal aus. Es ist echt super lecker. Davon geben wir jetzt mal hier einen Schwupps rein. Huch, war sogar ein bisschen zu viel. Aber ist nicht schlimm. Ich finde, bei Zwiebelchen ist das immer ganz gut. Das erhitzen wir jetzt erst einmal. Das Öl ist jetzt schon warm. Ich habe jetzt auch die Platte schon mal ein bisschen runtergedreht. Dann fügen wir da die Zwiebelchen hinzu. Das war jetzt im Übrigen eine Zwiebel. Und die klein halten. In der Zwischenzeit gebe ich jetzt hier, mache ich den Topf auch schon mal an, auf volle Pülle. Auf 10. Jetzt da nochmal Salz hinein. Ich mache das immer mit meiner Hand. So eine Handvoll für so einen großen Topf, das reicht. Das decke ich jetzt ab, damit das zum Kochen kommen kann. Zwiebelchen dünsten wir jetzt schön an. Jetzt verrate ich euch meinen Geheimtrick. Zwiebelchen röstet man am besten an und gibt dann ein bisschen Zucker hinzu. Dann karamellisiert die Zwiebelchen nämlich und geben nochmal viel mehr Zwiebelaroma. Das macht man auch immer kurz vor Schluss, also kurz bevor die Zwiebelchen fertig sind. Und dann löscht man das entweder mit einer Flüssigkeit ab, mit einem Wein zum Beispiel oder Gemüsebrühe. Das brauchen wir ja bei diesem Sößchen nicht. Da kommt gleich der Schmand hinzu. Und danach würzen wir das Ganze mit Salz und Pfeffer. So ihr Lieben, jetzt fügen wir ein Becher Schmand hinzu. Der Zucker fängt nämlich schon schön an zu karamellisieren. Damit löschen wir das quasi ab. Wer eine Light-Variante mag, der kann dann einfach Saurosane benutzen. Aber ich finde, mit Schmand schmeckt ja schon super lecker. Und das ist ja auch so ein Gericht, was man nicht jeden Tag isst. Ich finde, da darf man sich das auch gönnen, wenn man eine Runde Spott betrieben hat. Das Latein mischen. Und jetzt wird das Ganze einfach nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. So, das Sößchen ist schon mal fertig. Am besten nochmal abschmecken, um zu gucken, ob es einem auch so gut schmeckt. So ihr Lieben, das kocht das Wasser. Da nehmen wir jetzt den Deckel weg. Das tue ich mal da hinten hin. Dann lege ich mir welche hier drauf. Übrigens, da wo ihr die Warenikis drauflegt, da sollte auch am besten Mehl drunter sein. Denn sonst kleben die nämlich an. Oder einfach ein Handtuch. Ich mache das jetzt mal bunt gemixt. Die mit Kurkuma erkennt man auch sofort. Jetzt ist es wichtig, dass man nicht ganz so viele reinlegt. Deswegen auch hier extra dieser flache Topf. Denn sonst kleben die A am Boden an und B aneinander. Und das ist ja nicht schön. Noch ein und das war's. Wenn das Wasser nämlich auch schon kocht, dann kleben die auch nicht direkt unten am Boden fest. Dann machen wir jetzt hier den Deckel wieder drauf. Und dann diesen Deckel kocht auch nichts über. Ansonsten muss man natürlich aufpassen, das muss dabei stehen bleiben. Dann zwischendrin am besten nochmal kurz wegmachen. Seht ihr? Alle schwimmen oben. Das heißt, ich brauche auch keine Angst zu haben, dass die am Deckel, also unten am Boden festkleben. Ich zeige euch mal, wie man die auch am schönsten anrichten kann. Man nimmt sich einfach einen Teller. Nimmt dann ein bisschen Soße. So, macht da so ein schönes Bett. Dann. Nimm mal. Nehme ich jetzt mal hier so einen. Bisschen abtropfen. Dann richtet die einfach so an. Ich mache das jetzt hier mit allen und koche die einmal durch und dann machen wir gleich die Geschmacksprobe. So, ihr Lieben, ich darf endlich probieren. Und ich muss sagen, das sieht super lecker aus. Und das ist definitiv ein Genuss. Also ich kann es euch nur empfehlen. Macht es nach. Es ist super lecker. Ich werde die jetzt genießen. Ich habe übrigens die Hälfte ungefähr eingefroren und die andere Hälfte gekocht. Ich hoffe, ihr macht das Rezept nach. Ich schreibe euch das immer unten in die Infobox rein. Und wünsche euch sehr viel Spaß beim Herz machen. Tschüss. 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 Tschüss.